Es hat sich angebahnt, jetzt ist es fix. Declan Rice wird nicht zum FC Bayern wechseln. Es war von Anfang an kompliziert, das wussten die Verantwortlichen damals schon um Hasan Salihamidzic noch. Man hat sich jetzt entschieden, das wurde am Dienstag bei dem Meeting entschieden, nicht ein Angebot abzugeben, weil Declan Rice eben ein Verbleib in der Premier League bevorzugt. Auch ein Verbleib in seiner Heimatstadt London. Er wird höchstwahrscheinlich sich dem FC Arsenal anschließen. Unklar bei den Bayern jetzt, gibt es überhaupt eine Alternative? Also die Verantwortlichen, die sondieren den Markt, suchen danach möglichen, ja, anderen Optionen. Sofjan Amrabat vom AC Florenz, der ist aktuell noch kein Thema, wurde den Bayern aber schon angeboten. Also es gibt da ein paar Gedankenspiele. Aber es ist eben auch schwierig, diese Suche nach einem wirklichen Top-Sechser, den Thomas Tuchel ja unbedingt haben möchte.